So, hier. Blue White. Das sind sie, ne? Oh, war ja ein Trailer. Das ist schon mal wieder so niedlichere Grafik. Gefällt mir. So, ne? Die Knubbelmännchen. Beim letzten Teil war er sehr realistisch so. Da waren die so nicht so... Da waren die so langgeschnickt, ne? Die Figur. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Blockbuster. Hä? Oh, die hat aber Dekolleté, Mensch. Hör mal. Er hat einen Stock im Arsch. Der auch. Ein bisschen wenig Frames. Geile Outfits. Oh, was? Ah, der Drillinge. Hauptsache, jetzt spricht gleich nicht Kalko. Kalko. Oh. Oh, oh. Da war jemand böse. Das hat man gemerkt. Guck, den Chat steht einfach so. Lotte. Alles klar. Oh, okay. Sieht ein bisschen aus so wie die Gilde. So vom Vibe her. Alter, was ist das für eine Auflösung? Sekunde. Ist ja, äh... History Edition. Lord oder Lord? Was mit divers? Hä? Hä? Oh, hier Bayern. Hä, 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 hä. So. Option. Grafik. Ach, du Scheiße, ne? So, guck mal. Geht hier hoch bis, äh... 2K. Meine Damen und Herren, großartige Steigerung zum letzten Titel, bei dem man die Auflösung äh... nur ändern konnte, indem man dann aus dem Spiel neu startet. Großartig. Meilenstein der Spieleindustrie. Das hätte ich nicht erwartet. 16 zu 9. Okay, ich hoffe. So. Was haben wir hier noch? Anti-Aliasing. Komm, das knallen wir alles. Boah, Alter. Kann das bitte irgendwie automatisch sein? Texturen, Alter. Hoch hier. Terrain. Schatten. Kantenglättung. Oh, sowas kam die, Alter. Reflexion. Okklusion. Grasdetails. Annehmen. Hyperclap. So. Bisschen heller, ne? Liegt natürlich auch viel an den einzelnen Bildschirmen. So, wa? Ungefähr. Okay. Sound. Äh. Ist eigentlich okay, ne? Von der Lautstärke her. Bisher auch kein Kalkhofe. Das ist ganz nice. Äh. Spiel. Scrollen. Mauszoom. Gut, das müssen wir Ingame machen. Geil. Hotkeys sind wir wieder dabei. Ehre in das Glas. Okay. Es gibt Multiplayer. Alter, gibt's da Lobbys? Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Gut. Einzelspieler. Meint ihr, jetzt gibt es ganz normale Standardmaps? Also einfach so nicht vorgefertigte Szenarien? Ich glaube schon. Oder? Das sind einfach nur Maps, wa? Hier, Freisiedeln. Guck mal. Freisiedeln. Ach so. Kartentyp. Oha. Es gibt wieder Missionsziele. Aber es gibt auch Freisiedeln. Freisiedeln klingt nach dem, was ich will. Klick, klack. Ich glaube, Freisiedeln kann sein, dass es doch insgesamt ein bisschen laut ist. Mashallah. Äh. So. Vielleicht ein bisschen so. Untertitel bitte an. Ich weiß gar nicht, wo das geht. Super. Ähm. Untertitel. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Also ich glaube, Freisiedeln ist halt das, was nice ist. Gibt es aber echt nicht viel, muss ich sagen. Bitte einen Ritter wählen. Oh Gott. Jetzt gibt es hier wieder Helden. Gut. Ähm. Machen wir Tutorial. Ja. Ich würde wieder... Ich würde es wieder so machen, dass wir, ähm... Mal und Royale nicht aktiv jetzt hier. Ähm. Ich würde es so machen, dass wir wieder die ersten ein, zwei, ähm... Kampagnen-Missionen machen. Ich hoffe, da wird das Game erklärt. Und dann... Äh... Schauen wir mal, ne? Eine freie Mission oder so. So, bei Siedler 5 war es ja so, man hat direkt zwei. Und hat deswegen aus Versehen das Tutorial geskippt. Aber hier haben wir nur eins. Gut. Und anscheinend hier... Great Britain, Alter. Mission starten. Willkommen im Westholt. In eurer königlichen Stadt leben zuverlässige und fleißige Siedler, die unter eurer Herrschaft glücklich und zufrieden sind. Er erzählt ja aus. Könnt ihr eure Ritter entsenden, um den Siedlern in fernen Ländern beizustehen und euer Reich zu vergrößern. Kein Kalkofe. Mit eurer Hilfe könnt ihr es schaffen, das ganze Königreich in neuem Glanz wieder auferstehen zu lassen. Ja, das ist jetzt im Gegensatz zur Mucke halt brutal leise. Euer Majestät, ich bin Lord Marcus und dies ist Lady Alandra. Wir danken euch, dass ihr uns zu euch gerufen habt. Wir sind stolz darauf, in euren Diensten zu stehen. Wir möchten euch auf ein Problem aufmerksam machen. Wählt einen von uns, um sich dieses Problems anzunehmen, sobald ihr meinen Bericht vernommen habt. Banditen überfallen die Händler in unserem Königreich. Ihr werdet diese Karte wiedererkennen. Sie zeigt die königliche Stadt in Westholm, unsere Heimat. Wir haben Berichte erhalten, wonach Banditen die Händlerkarren auf der südlichen Handelsroute überfallen. Lady Alandra und ich schlagen deshalb vor, dass einer von uns beiden an dieser Stelle eine Siedlung in der Nähe der Handelsroute errichtet. Eine Siedlung dort wird die Händler schützen. Junge, ich will das Tutorial! Schickt mich, Majestät. Ich werde diese Gesetzlosen ihrer gerechten Strafe zuführen. Er hat ja so Bock. Ja, und sie? Lässt du sie auch mal sch... Die Buhlen um meine Gunst? Diese Opfer! Ja, ich mach gleich Ingame lauter, wenn ich die Möglichkeit hab. Er soll mit seiner Rüstung... Ähm... Ich würd halt gern ein Tutorial machen, Alter. Ich bestärke die Siedler in ihrem Glauben und sie spenden mehr Gold in der Kollekte. Dank meiner Kenntnis der Medizin kann ich erkrankte Siedler heilen. Der direkte... Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Geil! Übrigens, Grafikstil finde ich ganz nice, muss ich sagen. Das könnte eine modernere Interpretation sein, des typischen Siedler-Stils. Finde ich gut. Wann kam das Game raus? Alter. Äh... Release. 2007? Ja, ist halt so Comic-mäßig, so ein bisschen, ne? 1940. Hier schon wieder. Äh... Gut, ich würd den Ritter nehmen, weil offensichtlich... Was war noch mal Missionsbeschreibung? Ja, ja, ist ja gut. Wir müssen eine Stadt nahe der Handelsstraße errichten. Das hält die Banditen zurück und macht den Handel sicherer. Ja, mal eben eine Stadt errichten. So, rein. Halt mal kurz dein Maul. Er redet weiter! Warum redet er weiter? Er ist genau hinter mir. Wait. Er redet nicht mehr. Er redet jetzt nicht mehr. Rede! Willkommen bei die Siedler. Ja. Die Übersichtskarte rechts zeigt das ganze Missionsgebiet. Die Grenzen der Territorien sind als farbige Linien eingezeichnet. Ihr könnt auf die Übersichtskarte klicken, um die Kamera an eine andere Stelle zu bewegen. Äh... Äh... Wo klicken? Normal, bitte. Jetzt hab ich mich nicht darauf konzentriert. Kamera? Achso. Ah, ja, das meint er. Okay, man klickt hier auf die Map und geht da jetzt hin. Zoomt heraus, indem ihr das Mausrad rollt. Drückt den mittleren Mausknopf, um die Kamera zu bewegen. Ich erwarte euch auf dem Marktplatz in der königlichen Stadt Westholm, die sich östlich von euch befindet. Ich glaube, ich packe mich gleich wieder nach links. Äh... Weil... Oder ich rede so mit ihm, so... Hey! Ähm... Weil... Also über der Map geht gar nicht. Ich schätze, er da drüben ist gleich... Bisschen unwichtiger. So, Marktplatz. Wir entscheiden das gleich. Hier bin ich. Sehr gut. Sehr gut. Warum ist er so leise, Mashallah? Um mir Befehle zu erteilen, müsst ihr mich zuerst anwählen. Bewegt den Mauszeiger auf mich und drückt die linke Maustaste. Ihr könnt mir einen Marschbefehl erteilen, indem ihr an die... Das war leicht, nicht wahr? Als nächstes begeben wir uns zu Lady Alandra. Sie befindet sich in der Nähe des Südtors von Westholm. Okay, also wir haben schon hier Big City. Ist alles cool. Sieht schon alles ein bisschen mehr nach meinem Geschmack aus, muss ich sagen. Jo, danke, Alexandra. Warum flackert das so? Ihr habt hier eine alte Burg, die wir als Basis verwenden können. Ihr findet sie, wenn ihr die Straße nach Süden nehmt und dann dem Pfad nach Westen folgt. So besser, Leute? Okay. Äh, dann machen wir das. Ei, alles klar. Gut. Ich bleib hier, ja? Gut, dass ihr von unserer Majestät geschickt wurdet. Die alte Burg liegt westlich von hier. Folgt einfach dem Pfad. Warte. Wenn ich zu sehr im Bild bin... Juhu! Gut. Ja, ich reite... Ich reite jetzt weiter. Alter, hier gibt's so Siedlergrenzen. Ich glaub es nicht. Sofort. Verstanden. Verstanden. Geile Frisur hast du, Bruder. Verstanden. Auf euren Befehl. Sofort. Alles klar. Brauchst nicht jedes Mal was sagen, okay? Wie ihr wünscht. Danke. Verstanden. Wait, das ist ein Lagerhaus. Hä? Das ist ein Lagerhaus, Bruder. Bist du dumm? Geht ja gut los. Ne, hä? Welcher Marktplatz denn? Das Becken da? Dies ist der Marktplatz. Eure Siedler kommen entweder hierher, um zu feiern, oder um euch zu zeigen, dass sie unzufrieden sind. Wählt nun die Burg an. Gut. Also, nochmal, ne? Ich warte jetzt, bis sie hier durch sind mit Gelaber. Wahrscheinlich nach der Mission hier. Und werde dann entscheiden, wo ich die Facecam hin tue. Solange bleibt die jetzt hier. Dies ist unsere Burg. Dort wird unser Gold gelagert. Die Menge des Goldes wird am oberen Bildschirmrand, neben dem Ruf der Stadt angezeigt. Wählt nun das Lagerhaus an. Dies ist unser Lagerhaus, in dem wir Rohstoffe aufbewahren. Die vorhandenen Rohstoffe werden am oberen Bildschirmrand angezeigt. Der Ruf der Stadt wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Derzeit ist er sehr niedrig. Aber wenn unsere Stadt wächst, wird auch ihr Ruf sich verbessern. Alles klar, Markus. Ruf das Menü Stadtinformationen auf, indem ihr... Das Menü Stadtinformationen zeigt die Anzahl der Siedler, Ehefrauen und Soldaten in eurer Stadt an. Wenn ihr abermals auf die Schaltfläche klickt, schließt ihr das Menü wieder. Also, ich muss mal schon mal bis hierhin sagen, Tutorial 10 mal... Ach, 3000 mal besser als der Siedler 5. Synchronstimme, endlich nicht totes Cringe. Also, da haben die ja wirklich die... Wen auch immer hingesetzt. Das wirkt ja alles ein bisschen professioneller. Öffnet die Goldübersicht am oberen Bildschirmrand, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche anklickt. Der Adler fehlt irgendwie. Die Goldübersicht zeigt die monatlichen Steuern und den Sold eurer Truppen. Später könnt ihr diese Werte einstellen. Schließt dieses Menü, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Öffnet die Rohstoffübersicht am oberen Bildschirmrand, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche anwählt. Das ist halt so schnell, das ist halt locker im Back. Warte mal, es gibt hier zwei Gender, ne? Siedler und Frauen. Das ist natürlich Ehre. Die Rohstoffübersicht zeigt alle Rohstoffe im Lagerhaus an. Holz und Stein, die zum Bauen benötigt werden, werden immer neben der Schaltfläche angezeigt. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Ja, da können wir echt fast Epilepsie, Alter. Beginnen wir damit, unsere Siedlung zu errichten. Das Baumenü befindet sich am... Sehr gut. Als erstes benötigt... Wir sollten an einer günstigen Stelle... No SPS! Die Fläche bei den Bäumen östlich... Holzfäller. ...wäre ideal. Wie rotiere ich das? Ich will es rotieren. Hallo? Nein! Neue Siedler kommen aus dem Lagerhaus. Der Holzfäller ist unterwegs, um sein neues Gebäude zu errichten. Ihr könnt zusehen... Wie er es baut und danach die Arbeit aufnimmt. Wir haben einen wahrhaft edlen Herrscher. So! Das gefällt mir auch schon viel besser, die Synchro. Er hat es endlich mal gesehen! Chat! Rotieren mit Schiff, danke. PC zu schlecht, jo. 280 TI, zu schlecht, Bruder. So! Waren wir weiter. Arbeit macht Siedler hungrig. Auch unseren Holzfäller. Damit die Siedler Nahrung erhalten, müssen wir eine Jägerhütte nahe des Wildes bauen, das westlich des Marktplatzes lebt. Ja, ist ja immer so eine Anzeige. Hier, Hirsch aller. So, Shift sagt er. Und dann... Hä? Unsere Siedler essen kein rohes Fleisch. Wir müssen eine Metzgerei in der Nähe des Marktplatzes errichten, um Wurst herzustellen. Um Wurst herzustellen, ein Deutscher. Oh! Oh! I like! Sehr gut! Die grundlegenden Gebäude sind nun errichtet. Also, wir essen kein rohes Fleisch, wir essen nur Wurst! Aber wir gucken uns das mal ein bisschen an, ja? Hier ist der Metzger, Junge. Aber krass, dann gibt es gar keine Bauarbeiter mehr, sondern... Stell dir vor, du machst eine Ausbildung zum... Versicherungskaufmann. Und wenn du dann nach der Ausbildung in den Job willst, musst du halt losziehen und erstmal ein Gebäude hochbauen. Das ist auf jeden Fall Ehre. Und da ist ein Hund jetzt. Okay, das macht schon viel... Also, tausendmal besseren Eindruck schon jetzt. Das ist halt echt... Ein Armutszeugnis für Siedler 5 dann umgedreht, ne? Der Metzger holt das Tierfleisch aus dem Lagerhaus und verarbeitet es in seiner Metzgerei zu Wurst. Die Wurst wird anschließend im Regal vor seinem Haus gelagert. Die Wurst, wie er das so sagt. Der gute Markus, Alter. Schöne Hackwurst, Fleischwurst, Blutwurst, Bregenwurst, Thüringer Hack, Kalbsleber. Hungrige Siedler gehen zu einem Nahrungsmittelerzeuger wie dem Metzger, um dort etwas zu essen zu holen. Gibt es keine Nahrung, streiken die Siedler auf dem Marktplatz, wodurch der Ruf der Stadt leidet. Exzellent. Wie ihr wisst, erscheinen neue Siedler, sobald Gebäude errichtet werden. Dies gilt auch, wenn ein schon vorhandenes Gebäude ausgebaut wird. Wählt eine Holzfällerhütte an und drückt die Schaltfläche für Ausbauen direkt über dem Gebäude. Wer ist er? Steuereintreiber. Lull! Er kommt und nimmt das Geld. Geld genommen. Witzig, wie einfach die Siedler aus dem Lagerhaus spawnen. Baut die Holzfällerhütte aus. Baut der kein Segeberg? Oh. Ein neuer Siedler kommt aus dem Lagerhaus, baut das Gebäude aus und nimmt dort anschließend seine Arbeit auf. Folgen wir ihm, bis das Gebäude ausgebaut wurde. Ist so ein 1 und 2 nicht anders. Tatsächlich habe ich 2... Das wäre tatsächlich so der Titel nach 7, den ich mal hier spielen würde. Siedler 2 habe ich nur als ganz, ganz, ganz kleiner Vorzimmer gespielt, aber nur so ein, zwei Mal. Weil als ich halt klein war, gab es schon Siedler 3. Und ich war halt komplett gefesselt von Siedler 3. Und warum sollte ich dann den älteren Teil als Knirps spielen? Wisst ihr, was ich meine? Aber ich höre nur Gutes von Siedler 2. Ist zum Beispiel aus Siedler... Lieblingssiedler von David. Er betont das immer, wie geil das ist. Also eine Waffe liebt Siedler 2. Henning sagt immer wieder, Siedler 2 ist der Hammer. Rohstoffgebäude können ihre Rohstoffe nun mit einem Handkarren schneller transportieren. Also arbeiten nur 2, ja? Reduktionsgebäude wie die Metzgerei produzieren schneller, wenn dort mehrere Leute arbeiten. Ja, okay. Wir haben nun alle Grundlagen für unsere Siedlung gelegt. Doch bevor wir weitermachen, müssen wir genug Nahrung produzieren. Öffnet die Nahrungsübersicht am oberen Bildschirmrand, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche anwählt. Jetzt ist hier auch noch ein Fenster, ne? Ich mach das mal so. Meine Fresse, hier sind Sachen. Ja! Die Nahrungsübersicht zeigt die Menge der Nahrungsrohstoffe in eurem... Wie erhört ein Wurst! ...und die Menge der Nahrungsgüter in euren Stadtgebäuden an. So könnt ihr sehen, ob ihr genügend Rohstoffe abbaut und genug Nahrung herstellt. Ja, blinkend springert. Schließt die Übersicht, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Was ist DNG? Das Original oder DNG? Wir sollten weitere Jägerhütten und Metzgereien bauen, um genug Würste herzustellen. Bewegt den Mauszeiger über eine Metzgerei, um zu sehen, wie viele Würste dort verfügbar sind. Ich liebe es, wenn er Wurst oder Würste sagt. DNG ist das Remake von 2. Ach, ist das die The Next Generation? The Next Generation. Die nächste Generation. Stimmt, beide. Beide. Stimmt, das wollte ich unbedingt noch spielen. Aber es gibt ja jetzt auch die History Edition von Siedler 2. Die ist bestimmt auch ultra nice. So, ich upgrade, aber... Oh, whatever. So, mach mal. Schön, Metzgerei ausbauen. Deutschland! Ja, ich muss auch sagen, also... Von allen bisherigen Eindrücken finde ich Siedler 3 und 4 am besten. Siedler 4 ist sogar noch ein bisschen besser als 3. Aber 3 ist auch halt ultra gut. Also ultra, ultra gut. Nur Siedler 4 ist halt... Schock. So, nochmal, ne? Produziert Wurst. Komm, gönn. Wurst als Grundnahrungsmittel. Dann gibt's Bier als Wasserersatz. Jo, ich denke mir halt auch. Ja, ihr braucht Wurst, mein Herr. So, der braucht hier Nahrung, oder? Was soll das heißen? Wenn das so leuchtet? Aber muss ich nicht auch den Jäger upgraden? Was soll ich machen? Ja, oder? Komm. Gönn. Alter, richtiges Hochhaus. Alter, wie die Metzger da auch rauskommen. DNG hat bessere Features als Siedler 2. Besser für den Multiplayer. Ich erstelle Karten. Ah, okay. So, Karten. Die Ditor, ja. Bei Siedler 4 war es recht nervig, dass man nicht als das dunkle Volk zocken konnte. True. True. Ja. Aber es ist halt... Wäre halt so über Game Breaking gewesen. Immerhin gab's dann Trojaner als viertes Volk. Aber Trojaner sind halt mega scheiße. Unsere Siedler sammeln Holz und produzieren Nahrung. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt können wir dafür sorgen, die Siedlung vor Banditen zu schützen. Der nächste Schritt besteht darin, meine Beförderung vorzubereiten. Die Grundlage ist gesichert. Es gibt Wurst. Und so weit. Alles gut. So, jetzt als nächstes würde ich gerne über meine Beförderung sprechen. Was bist du denn, Junge? Markus, Alter. Ist er nicht übel so, der Junge? Du kannst mal froh sein, dass du hier mitmachen darfst, Junge. Dass ich dich auserwählt habe. Guck mal, kommt hier, Steuerantreiber. Er nimmt das Geld. See ya, yikes. Witzig auch nur vom Metzger, ne? Der muss sich auch denken, ey, der scheiß Holzfäler hier kommt immer so durch. Bau einen Weg vom Jäger zum Lagerhaus. Jetzt try-hardet hier schon der Chat im Tutorial bei mir, ey. Backseat Gaming. Öffnet die Titelübersicht, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche neben der Übersichtskarte anwählt. Die Titelübersicht zeigt die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, um einem Ritter einen höheren Titel zu verleihen. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Ja, aber wo denn? Also. Nächster Titel, Landvogt. Burg ausbauen. Okay, und ich brauche sechs Klamotten und zehn Siedler. Junge Markus, euer Aufstieg in den Rang eines Landvogtes ist ein wichtiger Schritt, um diese Lande sicherer zu machen. Hast du mir echt leid mit dem Blinken, aber mir geht's ja genauso. Das ist nett, Alexandra. Wow! Also bisher, also meine Erwartungen waren halt hier unten. Und die Banditen blockieren unsere Steinlieferung. Nun ist es an euch. Nehmt Territorien ein und baut dort Steinvorkommen ab. Der Himmel möge euch schützen. Um Stein abzubauen, benötigen wir einen Steinbruch. Ein solcher befindet sich im Territorium Westwood Curve. Bitte schickt mich rasch dorthin. Banditen haben einen Karn erbeutet. What? Also erstmal, warum blinkt das? Was ist das? Oh lol. Oh! 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 Okay. Schickt mich rasch dorthin! Wohin, Alter? Westwood Curve? Position erreichen. Wo, wo sehe ich denn, was Westwood Curve ist? Das hier Westwood Curve? Ah, wenn ich hier rüber haufer, steht das rechts unten. Westwood Junction. Westwood Border. Westwood Curve. Also das ist das Gebiet, wo die... Ah, hier ist ja auch ein Pfeil. Alles klar. Pfeile folgen, yo. Alles klar. So, kann ich noch was bauen? Worst. Verstanden. Jawohl. Auf euren Befehl. Aha. Um Zugang zum Steinbruch zu erhalten, müssen wir dieses Territorium erobern. Bitte wählt die Schaltfläche Außenposten an und platziert den Außenposten im Territorium, um es einzunehmen. Das, äh, mit den Territorien, diesen Regionen ist. Wie bei, äh, Stronghold 2. Ne? Oder? So. Äh. Ein Arbeiter wird sich vom Lagerhaus aus auf den Weg machen und den Außenposten errichten. Also bei Siedler 2... Sobald der Bau abgeschlossen ist, gehört das Territorium uns. Bei Siedler 2 muss man die ja nicht erschließen und aufbauen, sondern da sind schon neutrale Gemeinden und machen Stuff und man muss die dann irgendwie so erkaufen, so ein bisschen, ne? Mit, mit, mit irgendeiner Währung war das Ehre oder so, tatsächlich. Ich glaube, so mit Ansehen. Oder man wählt die quasi rein, so. Nächster Stream im Marcus-Style. Also ich kann mir kurz lange Haro holen, aber ich glaube... Und Rüstung. Alter, geh hoch. Ja, geh doch. Und in Stronghold gab's halt auch Wurst. Das macht ein gutes Spiel aus. Dieses Geflacker geht weg, wenn man den Taskmanager im Hintergrund laufen lässt. Das ist schon wieder so... Ja, du musst den Fullscreen das Spiel stellen, damit das Fernglas funktioniert. Äh, Fenster muss und zurück. Wir haben ein Territorium eingenommen. Warte, ich probier's mal. Halt mal kurz die Fresse. Um dort Steinen abzubauen. Ne. Das hat nicht funktioniert. Vor allem Nevermind. Ja, aber danke für ein... Für die Unterbrechung. Die du jetzt... 6301 Zuschauern hier, äh... So. Was willst du? Steinbruch. Ah, okay. Ihr könnt übrigens Gebäude drehen, bevor ihr sie platziert. Sagt er mir jetzt nach dem 38. Gebäude. Danke, Markus. Hä, noch einen, oder wat? Wir sollten einen Pfad von der Steinmetzhütte zum Marktplatz bauen. Klickt auf die Schaltfläche Pfad anlegen und bestimmt dann den Start und den Endpunkt des Pfades. Äh... Warte. Klicken? Kann ich? Like this? Ist ja wie Anu hier, Alter. Bei Alt-Helf 4 hört das Flackern auf. Kek wie... D für Dance. Äh... 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 Ausgezeichnet. Die Steinmetzhütten sind errichtet. Die Steinmetze können mit der Arbeit beginnen. Jetzt, da wir über mehr Siedler verfügen, benötigen wir auch mehr Nahrung. Primaten. Die Banditen machen es mir unmöglich, euch die Kleidung zu schicken, die eure Siedler benötigen. Alexandra labert hier mal nicht immer dazwischen. Ihr solltet befehlen, Zweigabereien zu errichten, damit eure Siedler sich ihre Lederkleidung selbst anfertigen können. Gut. Äh... So, warum ist hier kein Platz? Weil da Steine sind, oder... Was wollt ihr? Zack. Ich hab... Ich hätte gar nicht zwei bauen müssen, glaube ich, oder? Ich hab... Weil... Ich hab einfach nur gedacht, weil es flackert immer noch. Die Banditen machen es mir unmöglich, euch die Kleidung zu schicken, die eure Siedler benötigen, Marcus. Ihr solltet befehlen, Zweigabereien zu errichten, damit eure Siedler sich ihre Lederkleidung selbst anfertigen können. Ich hab Schmalz in die Ohren. So, Real Talk. Heute Morgen ging unsere Dusche nicht. Also kaltes Wasser. Ich hab nicht geduscht. Hm. Klar. Die Schneider sind bereit. Sobald sie genügend Kleidung produziert haben, steht ihr kurz vor der Beförderung zum Landvogt von Westholmer. Haha. Warmduscher. Hä? Was wollt ihr? Ich hör immer nicht zu, wenn ich hier Scheiße erzähle, ne? Die Schneider sind bereit. Sobald sie genügend Kleidung produziert haben, steht ihr kurz vor der Beförderung zum Landvogt von Westholmer, Marcus. Geil. Ihr könnt die Kamera drehen, um euch umzusehen. Versucht es und schaltet dann wieder in den ursprünglichen Kamerawinkel zurück. Wir besitzen jetzt genug Stein. Wählt die Burg an und baut sie aus. Sobald ihr den Befehl dazu gegeben habt, werden die Siedler erscheinen, um ihn auszuführen. Also Burg ist sowas wie bei Siedler 5, ne? Dass man, äh... Alter. Ja, wo sind die Siedler? Hm. Wo sind die Siedler, weißt du? Weil so heißt das Game. Wir besitzen jetzt genügend Wurst. Wählt die Deutschen an, um sie richtig reinzustülpen hier. Wie so ein 8-Army ja die Wurst reinorgeln. Hä, warum pennt der? Da brauchen die nicht mal langsam, äh... Wohngebäude. Oh nein, Wetter. Wetter. Ich krieg Flashbacks. Aber ich seh noch was. Oh Gott, es wird Winter, Freunde. Ich hoffe, kein Nebel. Die Holies sind einfach ineinander. Schöne Burg. Die Burg sieht beeindruckend aus, euer Majestät. Hat echt was von Stronghold alles. Wir machen gute Fortschritte. Also, einzelne Elemente wie das hier. So, jetzt brauche ich noch ein paar Klamotten. Aber, was benötigt denn der Gerber Hirsch? Ja, dann... Sollte ich vielleicht... Also, hier kann ich jetzt auch erstmal nochmal... Ne? So. Benutzen die denn auch die Wege automatisch oder... laufen die so ein bisschen... Guck mal. Oh, der liegt an. Insane. Weggesniped. Hallo Hennu, ich bin kein Primat. Bitte spiel wirklich mal Assassin's Creed. Junge, du schreibst wirklich mit Ü. Also... Das war gerade paradox, der Satz. So. Es gibt sogar ein Assassin's Creed Let's Play. Bei mir auf dem YouTube-Kanal. Also, was heißt Let's Play? Es war so ein Samstag-Shit. Stefan. Kannst du auch besser. Wurstlich. Wäre es nicht an der Zeit, meine treuen Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Du bist so ein Schmarotzer. Gut gemacht, Markus. Noch benötigen die Siedler keine Kleidung. Doch sobald ihr Landvogt von Westholm seid, werden sie danach verlangen. So. Ritter Markus. Ja, direkt Ritter. Gewissenhaftigkeit, Fleiß und harte Arbeit verdient den gebührenden Lohn. Gegeben am heutigen... Sieht ihr es in Erwägung, Majestät, meine Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Junge. Stürme ich mal nicht, sonst überlege ich es mir noch anders. Gegeben am heutigen erheben wir euch daher Kraft der uns zu gebote stehenden Privilegien zum Landvogt. Mit allen zu diesem Titel gehörigen Rechten und Pflichten. Viel Erfolg mit eurem neuen Rang. Mit den besten Wünschen euer König. Wer ist denn der König? Also... Also... Ich bin der König. Und ich kann ihn hier, den Markus zum Landvogt... ...befördern. Ja, Abfahrt. Ritter muss auf dem Marktplatz sein. Boah, Junge. Wo bist du? Hallo? Markus! Da! Ja, nice, aber bisher... ...macht es einen echt soliden Eindruck. Also, man muss dazu sagen, die Erwartungshaltung war wirklich im Untergeschoss. Und ich habe jetzt auch nicht gerechnet, dass es wieder so Siedler 3 oder 4-artig wird, ne? Aber es ist schon wieder näher an Siedler 3 und 4 dran als 5, weil so 5 war ja wirklich... Was war das? Was haben sie sich dabei gedacht? Das war wirklich ein Joke. Eine Parodie. Ich, Markus, werde euch immer treu ergeben sein. So, das hoffe ich auch. Ich beglückwünsche euch... ...bis aus meiner Rippe entstanden. Hör auf mit den Knallern, nur zu Silvester. Die Banditen sind von einer Patrouille zurückgekehrt. Ich werde sie sofort zu euch schicken. Banditen greifen unsere Siedlung an. Loll! Messerstecherei! Diese Banditen sind größenwahnsinnig. Gegen unsere Truppen werden sie niemals siegreifen. Ach so! Das sind meine Truppen? Abfahrt! Hä? Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Stürmt los! Ah, Bogenschützen. Kämpft weiter! Hast du wieder so Trupps? Wie bei Siedler 5. Okay. Das hasse ich. Aber immerhin kann man... Was sind... Scheiße! Da grüßen man sich die scheiß Banditen, Bruder. Wie ihr wünscht! Der will essen, kriegt er nicht. Die Banditenlager wurden zerstört. Nun stellen sie für die Siedler und Händler keine Gefahr mehr dar. Hä? Die haben doch... Euer Majestät? Mit ruhiger Hand haben wir diese Herausforderung glänzend bestanden. Ihr hattet natürlich Hilfe. Markus? Doch die Frage ist, warum all diese Karren den ganzen Weg von Schalja aus ohne Eskorte zurückgelegt haben. Was geht dort vor? Ja. Was geht denn Eskalja vor, Alar? Krasser Cliffhanger. Jut. Und zwei wäre... Zwei wäre jetzt wahrscheinlich... Hä, was ist die Kamera? Video abspielt. Lol. Ich kann mir das angucken, was ich gemacht habe. Früher war das schwerer. Also... Ich glaube, Markus könnte halt so ein Brutus mal werden. Wirklich. Der ist sehr motiviert. Das ist schwierig. Ähm... Mission zwei wird jetzt wahrscheinlich Richtung Militär gehen. Aber... Ich muss doch sagen, das würde ich selbst erklären. Äh... Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Ich gehe einmal auf Toilette und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gehe mal. Ich bin ja ganz süß. So. Ich habe einen Moment. Ich bin ja ganz süß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hä? 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 Uh! Ritter, Markus, Alter. Wir bleiben bei Markus, Junge. So, kein Volk, schade. So, kommt rein, los. Ist public? Achso, wait. Hab ich privat gemacht? Oh. So. Rein! Kommt, los. Gibt keine Server mehr. Ich glaube, kein Scheiß, Bruder. Julian1101. Du siehst, Chrisco ist drin. Hä? Ja, ja, Curtains, Curtains TV habe ich schon gelesen. Alles gut. Nur, wäre ich da schon triggert, dann könnte ich nicht streamen. TKBNV, achso, TKBN Vulkan 65. Also, eigentlich sagt man ja freundlich, hallo, wenn man dazu kommt. Hä? Ihr dummen Wichser. Sind das jetzt irgendwelche... Moin, Hanno. Gut. Hallo. Hehe. So. Ja, bei Chrisco bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher. Äh. Ob der jetzt tatsächlich aus dem Chat einer ist, oder tatsächlich irgendein Random. Chrisco, schreib mal was. Schreib mal Peterwurst 123. Ich bin nicht mehr Markus. Peterwurst 123. Junge, du sollst es ingame schreiben, falls du es bist. Die, ja, also, Freunde. Wir spielen das Multiplayer. Ich weiß gerade mal, wie man Holzfäller, Schlachter, Metzger und so weiter baut. Rechne mir jetzt nicht hier viel... Geil, da ist er. Rechne mir jetzt nicht viel aus. Aber ich will es jetzt auf die harte Tour wissen. Wahrscheinlich sind das so irgendwelche Siedler-Sechsschwitzer oder was weiß ich. Ähm. Gut. Aber dann, ganz ehrlich, das, was uns so alle am ehesten interessiert, ist... Wie ist der Multiplayer? Weil, wenn das Spiel scheiße Multiplayer ist, brauche ich es nicht mit der Kneifzeige. Also, ne. Nervas. Kommt drauf an. Aber. So, macht mal ready hier. Chrisco und Onki Ponki. Da sind wir wieder. Was sind das für Namen? Ich denke immer, mein Name wäre scheiße. Aber schaut euch das mal an. Die ist dreiergespannen von scheiße. Also, sorry, aber... So. Okay. Äh. Also, Siegesbedingungen. Wichtiges Gebäude zerstören. Wahrscheinlich die Burg. Feindliche Stadt erobern. Oder erreiche den Titel Erzerzug. Let's fucking... Go. Heh. Oh. Gefährliche Kreuzung. Es gibt genügend Bauland. Doch einige wichtige Rohstoffe liegen dicht an dicht in der Mitte der... Einige Baumenüs. So, ich rush die, glaube ich. Okay, die haben schlechte PCs. Das ist mein Vorteil. Äh. Chrisco. Zerfickt ihn einfach. Danke. Das bin ich. Okay. Krissco. Das will ich rass gleich aus. Wegen dir gibt's jetzt Werbung. Können wir den Vote kicken? Ist doch wie bei Warcraft 3, oder? Wenn die zu lang braun am Anfang, kann man die auf Vote kicken. Äh. So, ich kann schon mal hier ein bisschen... Guck mal. Ah, das ist auch Hirsch. Junge, Junge, was ist das denn? Okay. Abfahrt. Äh. 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 Hirsch. Over there. Worst. Okay. Baut. Los, baut. Äh. Stein? Komm. Gönn. Alter, die lecken ja wie scheiße, wa? So, warte mal. Okay. So. Upgrade. Upgrade. Oben stehen ja meine Ressourcen. Upgrade. Komm. Let's fucking go. Wir machen jetzt richtig Hackneck hier. Let's fucking go, Leute. Boys, wir brauchen jetzt Einsatz. Nehmen wir jetzt hier ein paar mehr APMs bringen wir jetzt. Und dann, äh. Also das mit mittlerer... Mit mittlerer Maustaste ist halt wirklich scheiße, Junge. Zack. Let's go. So. 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 Abfahrt. Zack. Let's go. Lager aus. Was bringt das? Let's go. Gönnt Holz. What? Alles klar. Auf euren Befehl. Guck mal, es ist jetzt gut, dass ich links unten bin. Gönnt Holz, Brüder. Voila. Kirche. Ah, hier kann ich Alarm schlagen? Predigt beginnen. Siedler spenden Gold. Steige den Ruf der Stadt. Alles klar. Kann ich den auf Steuerung 1 packen? Ja. Ehre. Der hat hier so Fähigkeiten, ne? Territorium. Truppen in der Nähe mit Fackeln versorgen. Was ist da los? Wölfe? Jo, wer ist das denn? Sofort. Alles klar. Alles klar. Sofort. Jo, was greifen mich die Wölfe an? Alter, das sind ja ultra viel Wölfe, aber da waren auch Schafe. Hm. Hab ich nur den Aufgang? Sehe ich das richtig? Da brauche ich Fettholz für. Bring mal jetzt hier das Holz weg, bitte. Ei. Ei. Kostet ihr was? Nur Stein? Guck mal. Stein, oder? Das reicht schon, oder? Reicht das? We will see. So, gab's Holz? Sehr gut. Let's go. Äh, Klamotten. Brauche ich vier Holz. Ne, wait, was ist das hier? Gerber? Gerberei und Weber gibt es. Okay. Das reicht nicht. Okay. Ja, ich glaube auch, da kann man durchschlüpfen, oder? Ei. Ei. Klöpse mit Soß. Eisgekühler Pummelunder. Einbelegtes Brot mit. Ei. Wo war das? Da. Da. So. Auf euren Befehl. Oh, nein! Verstanden. Aha. I see, I see, I see. Wahrscheinlich viel zu früh und eigentlich gewastet wegen den... Jawohl. Gab wieder Holz. Abfahrt. Ich will was sehen. Tutorial war ein Zweigerber, also Abfahrt, voilà. Hallo. Hört auf zu lecken. Abfahrt. Let's go. Mehr Wurst. So, kannst du jetzt... Verstanden. Verstanden. Schon unterwegs. Jawohl. Guck mal, wie ich hier bauen muss, damit das klappt. Ich hätte das Tor weiter hin und dann... Was ein Scheiß, Alter. Kann ich's abreißen? Let's go. Wurst. Los. Läuft, oder? Läuft's? Hab's Gefühl, Sound geht jetzt doch ein bisschen lauter, oder? Krieg ich da Stein zurück? Ich... I hope. Kや. Ich muss erscheinen. So. Äh. Getreidefarm. Bäckerei. Wallah. Äh. Räucherei. Kuhfarm. Räucherei. Schaller. Fischhütte fehlt hier. Das Bordern, ne? Warte mal. Kann ich hier rein? Das nächste ist das Nachbargebiet. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Achso, das muss ich anlegen für drei Holz. Gut. Gut, gut, gut. So, jetzt probiere ich hier nochmal. Der scheiße Bruder. So, jetzt passt's. Alles klar. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Wie, äh, erschließt sich jetzt nochmal das Gebiet so für mich? Ich muss doch so einen Turm bauen. Wait, was steht da? Beanspruch neutraler Territorium mit eurem Ritter. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Sofort. 500. 500 Gold. Sofort. Das sieht gut aus. Einwandfreie Aktion. So. Abfahrt. Romero jetzt. Mehr Felder. Gut, gut, gut. Ist das so? Ich, ich lass das mal bei. Erst mal checken, ne? So, Abfahrt. Ich hab ein gutes Gefühl. Ich hab ein gutes Gefühl. Beruhigt hab ich mich nicht. Warum, Herr Felder? Ihr müsst immer sagen, warum. Damit ich das akzeptiere. Sonst denke ich, ihr labert nur Scheiße. Die anderen haben schon eine Armee. Kannst du gar nicht wissen, blöd Mann. Kuhweide. 10 von 10. Dann fehlt es an Kühen. Kuhfahren. Guck mal, Imkerhütte. Kräutersammler. Let's go. Ich versuche, euch mitzunehmen, ja? Ich versuche, euch mitzunehmen. Ich hab euch nicht vergessen. So, wir müssen mal die Burg upgraden, ne? Oder so ein Lagerhaus? Ne. Faktor wieder normal. Kühen auf der Map Felder, wie die Schafe, die du einnehmen musst. Ach so. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wallach. So. Auf euren Befehl. Ach geil, hier kommt okay nach hoch. Gut. So, jetzt hier oben. Wie ihr wünscht. Money, ich brauch Money. Und, okay, dann... Ja, aber Weizen ist doch da, ne? Ja. So. Du musst Titel erreichen, um mehr zu machen. Ach so. Ich dachte, ich muss Burg upgraden. Ja, gut. Das hab ich ja, ne? Ich hab doch genug Klamotten. Ach so, ne. Ich muss tatsächlich die Burg upgraden. Let's go. Machen wir mal so ne Predigt. Füllt meine Kassen. Geht alle in die Church, Allah. Schaf und Kühe wandern, egal von wo auch immer, zum nächsten freien Weide, die du gesetzt hast. Okay, ich brauch einfach nur das Gebiet. Ja, hier sind Kräuter. Uh, okay. Hier sind Kühe. Okay. So, wie viel Kohle krieg ich jetzt? Zehn Leute müssen hier rein. Ah, und da geht ein Dings runter. Okay. Ja, ich zock grad Multiplayer. Guck mal, da kommt die Steuereintreiber. Ihre. Wenn die Burgenhöherin Range hat, gibt's dann mehr Steuereintreiber? Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Hä, er ist doch drauf. Ach so, weil es Stufe 2 ist, ne? Okay. Sehr viel Stamm, ne? Sehr, sehr viel Stamm. So, das hat jetzt sieben Gold gebracht. Würde ich verarschen. Okay, zu viel Steinmetze. Das hab ich jetzt schon, äh. Hab nicht so viel Nahrung, ne? Also, ja. Ich glaube, da muss noch was kommen. Bin ich ehrlich. Da müssen... Aber... Hier gibt's auch keine Hirsche mehr, ne? Doch da. Kann ich die weg... Äh... Also, vertreiben, sodass sie mir ausgehen. Ah, abhört. Ach so. Der muss ja auf dem Marktplatz sein, ne? So. Mehr Leute, die Wurst herstellen. Das Ding ist... Ach, stimmt. Ich brauch das gar nicht. Apro. Ich brauch einfach mehr Gerber. Ich brauch nämlich Wurst. Zieht ihr es in Erwägung, Majestät, meine Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Danke fürs Erinnern, Markus. Meine Dankbarkeit für diesen Titel ist euch gewiss. Seifenmacher. Besenmacher. Abfahrt. Das Lagerhaus ist voll. Upgrade. Abfahrt. Zack. Ab... Küche? Nee. Küche. Küche. Loll. Holz. Abfahrt. Vulkan. So, ich brauch mehr Wurst. Mach Wurst jetzt hier. Abfahrt. Ein Kräutersammler findet keine Heilkräuter mehr. Ja, weil... Verstanden. Gut. So, ich brauch Moneten. Moneten. Zahlt. Leute, zahlt. Plus 60 dauert ja ewig. Was war das für ein Sound? So, nächster Titel. Zwölf Seifen. Attachere, was ich jetzt nicht bekomme. Ehre. Ja, aber Besen brauch ich dann ja gar nicht. Wofür brauchen wir Besen? Gold kriegt man durch Steuern treiber. Wieso geht das nicht? Siedlerlimit erreicht. 50 von 50. 50 von 50. Wie heißt das? Siedlerlimit. Köche ausbauen. Oh Manni. So, wie ist das? Kann ich jetzt hier mal Truppen bauen, bitte? Guck mal hier. Schaffahren. War auch schon mal ein weißer Voraussicht. Irgendwann. Ne, doch da oben. Voila. Schwertkämpferkaserne. Schwertschmiede. Oh, jetzt gibt's Ackermitsch. Aber vorher Kirche. Guck mal, alle rein da. Burgupgrade, nicht Kirche. Ne, ich glaub nicht. Ach hier, guck mal. Ausbaustufe zu... Steuern. Kann ich nicht einstellen. Erster Abgraf. Was sollt, kann ich einstellen. Tor schließen. Kann ich nicht. Kann ich nicht. I don't know how. So. Upgrade. Ach scheiße, jetzt machen die da drin gerade. Tor schließt automatisch. Okay. Ich kämpfe gegen Pros. Also alle, die Tor schließen hier, äh, gerade geschrieben haben. Time out. Die Seuche muss... Also wir müssen da... Ein Kräutersammler findet keine Heilkräuter mehr. Den muss ich wahrscheinlich eh da bei den Kräutern hin tun, oder? Also kann der hier auch weg. Wallah, dann hab ich ja auch nicht die... So ein Imkerbude. Was ist hier mit dir? Du kannst doch sicherlich... Hier so. So, was ist mit euch? Kann der drei bewirtschaften? I guess. So. Schwerti, Schwerti. Wir haben einen Moni. 200, 200 Tacken. Okay, es läuft, es läuft, es läuft. Ich hab ein gutes Gefühl. Wir werden die alle so brutal fertig machen. Ist ja auch witzig, ne? Alle gegen alle. So. Hier sind Schafe. Das heißt... Ich kann hier wunderbar eine Schaffarm machen. So, drei Felder in Ordnung. Ein Steinbruch ist erschöpft. Das ist halt crazy, dass das geht. Äh, hab ich hier irgendwie noch? Vier pro Level. Ich hab's ja schon auf Stufe 2. Crazy. Ja, es war dumm, den dann hier so in der Stadt zu platzieren. Egal, haben wir wieder gelernt. Beim Imker, wie ist da? Zwei pro Level 3 reichen. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Jaja. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wallah. So. Gehen jetzt hier die Kühe? Jawohl. Kräuter. Wofür immer. Sammelt Heilkräuter. So ist gut. Rode doch den Wald dann, wenn der im Weg ist. Hier geht's ja weiter. Ne. Verstanden. Da sind wieder Wölfe. Wölfe. Alles klar. Sofort. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Verstanden. Noch mehr Wölfe. Auf euren Befehl. Da ist aber Stein. Ich hab ja keinen Bock. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Eisenbine auch bald, der Schöpf. Ne? Schaf haben. Alter. Wahrscheinlich immer zwei pro Dings, oder? Oh. Ja, sag mal. Zwei pro... Alles klar. Maschallah. Zwei pro Laden. Ruine? Jawohl. Pro Level quasi. Von dem Laden. Wie ihr wünscht. Jawohl. Alles klar. Er ist ein netter Gegner. Verstanden. Ah, hier ist Wasser. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Moneten. Verstanden. Jawohl. Jawohl. Ei. Schon unterwegs. Ei. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Jason. Verstanden. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ist überall Wasser. Auf euren Befehl. Ei. Okay. So, die Frage ist, wie machen wir jetzt erstmal weiter, ne? Ähm. Ähm. I guess einfach von allem mehr. Ey, der holt das aus dem Lagerhaus, ne? Der Weber. Mach doch mal hier Sachen. Komm, Upgrade. Komm, auch nicht, ne? Jawohl. Komm, hier ist eine Kühe. Wie ihr wünscht. Jawohl. Auch nicht schlecht. So, sind die jetzt Kühe. Geil. Geil. Gehen auch dann die Bäume weg. Ich werde angegriffen. Sofort. Verstanden. Würdet ihr vielleicht in Erwägung ziehen, mir einen neuen Titel zu verleihen? Oh. Sehr gern. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Jetzt geht's auf. Jawohl. Jawohl. Auf euren Befehl. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. Hä, das ist gelogen. Der hat welche. Abfahrt. Hab Dank für diesen Titel. Die Siedler werden es mit Freude vernehmen. Ja, das ist richtig. Oh. Ha, 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 ha. Schöne Apotheke hier. Guck mal. Zack. Wesenmacher, why auch immer. Taverne, Junge. Hier. Dafür brauche ich Imker. Wallah. Der macht aber Sachen, ne? Ich brauche mehr Nahrung eigentlich. Eigentlich brauche ich mehr Nahrung. Aber auch mehr Holz. Ich brauche eigentlich mehr Holz. Ja. Jawohl. Vorwärts. Vorsicht mit den Fackeln. Warum sagst du alle zwei Sekunden Wallah? Ist ein Tick von mir. So, Holz. So. Verstanden. Sofort. Wie ihr wünscht. Verstanden. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Gleich brennt die Hütte. So. Da haben wir wieder Holz. Ei. Auf euren Befehl. Ich werde angegriffen. Verstanden. Okay. Wait. Ich habe noch gar nicht Käserei hier Zeug, ne? Oder? Doch, habe ich. Alles gut. Jawohl. Verstanden. So. Was hat mir das eigentlich... Okay. Also... Jawohl. Alles klar. Wo ist denn der Feind? Wie ihr wünscht. Hier ist eine Fort, oder? Sehe ich das richtig? Wir haben ein Territorium eingenommen. Je need Holz. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Geil, die Kühe wandern, Bruder. Äh. Non, 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 non. Ich hoffe, das geht. Alter. Also das ist ja wirklich... Dickes Minus. Ich sag, wie es ist. Okay. Schneller! Competitive! Verstanden. Du bist hier Attacke. Jawohl. Alles klar. So. Warum mittlere Maustaste, um die scheiß Kamera zu bewegen? Wir werden angegriffen. Bär! Kämpft weiter. Jawohl. Alles klar. Okay. Wie heile ich die? Ich hab ne Apotheke gebaut. Sofort. Kleiner Tipp. Lass Kroketten nicht. 40 Minuten bei 180 im Ohr. Ofen. Liebe Kinder. Oh. Danke, Busi. Okay. Äh. Warte mal. Ich hab doch hier noch... Ne. Doch. Schaffarm. Nö. Ist nicht voll. Kuhfarm hier ist. Nö. Ist auch jut. Jägerhütte. Okay. Was ist mit den Bogenern hier los? Ja, die brauchen Holz, ne? Vor der Hütte. Auf euren Befehl. Verstanden. Ja, aber... Wir haben ein Territorium eingenommen. Nice. Aber... Wie heil ich euch. Wie ihr wünscht. Sehr wenig Nahrung, ne? Holy shit. An der Kaserne. Okay. Wie ihr wünscht. Geil. So. Schon unterwegs. Sofort. Auf euren Befehl. How? Hier sind keine Fische? Wie? Nicht? Angeln nicht die Arschlöcher, ne? Okay, die wollen alle Seife. Holy shit. Äh, ja. Seife. Let's go. Aber ich brauche dafür halt fucking Tiere. Oh, ja. Aber ich... Ich weiß auch nicht. Habe ich zu viel Jäger? Können die erschöpft... Nee, können nicht erschöpft werden, ne? Ich brauche... Und wenn, dann ist es halt so, ne? Hoppala. Hoppala. Also, ich kann die hier nicht heilen. Bin ich ehrlich. Ich kann die hier nicht heilen. Nehmen der Karte. Ehre. Nice. Okay. Ei. Ei. Mit. Ne? Ein belegtes Brot mit. Ei. Wie ihr wünscht. Jawohl. So. Schöne Holzhütte. Jägerhütte. Oh, mehr... Mehr fucking Nahrung. Rückzug. Sofort. Zum Angriff. Wie ihr wünscht. Will er... Will er Ackermitsch? Jawohl. Rückzug. Verstanden. Schon unterwegs. Hey, 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 hey. Sofort. Jawohl. Ein Außenposten wird angegriffen. Jetzt werde ich aber wild. Was brauche ich hier für eigentlich? Bier. Ich brauche vor allem Seife. Die stinken alle. Eines unserer Bataillone ist übergelaufen. Ich kann meine Soldaten mit Fackeln versorgen, wenn sie in der Nähe sind. Übergelaufen? Alles klar. Wie ihr wünscht. Ich brauche richtig viel... Wild. Aber... mehr Besen. Aber warum Besen? Niemand will hier Besen. Die wollen alle Seife. Oder? Nee, wait. Was ist das Symbol? Das ist so eine Bürste. Reinigung allgemein. Also brauchen die Besen, um zu reinigen. Das heißt, brauchen wir ja Besen. Okay, ist ja kein Problem. Sollen die halt sagen. Ach so, das ist das... I see. I see, I see, I see. Okay. 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 Jetzt stellen die hier Anforderungen, ne? Ist natürlich... Ist natürlich scheiße, Bruder. Geil. Schöne Straße durchs Wasser. Ich habe eine richtig dreckige Aktion, dass ihr meine Leute stiehlt. Also, weiß ich nicht. Muss er wissen. Jägerhütte. Also, Leute. Nochmal Jägerhütten. Äh, ansonsten... Hier. Zack. Äh, oh, hier sind Steine. Die gehen aber weg, oder? Komm, die gehen weg. So eine Mühle hier, oder was das ist. Besenmacher, Upgrade. Was bauen die? Ein Holz, ne? Ja, habe ich ja hier noch. Ich habe Fackeln für euch. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Alles klar. Beschützt dieses Ziel. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ja, ja. Komm mal, klau. Den Stein kann ich nicht wegmachen. So. Oh, die streiten. Bruder, die wollen Reinigung. Ei. Ah, ja. Wie ihr wünscht. Verstanden. Okay, okay, okay. Wir kriegen das wieder in den Griff hier. Ist gerade ein kleiner Downer, gebe ich zu. Aber wir kriegen das wieder in den Griff. Hier wird gebaut. Hier wird gebaut. Hier wird hochgezogen, Bruder. Riesenmacher hier, ne? Die Seifenmacher. Was bringt das? Ist egal. Wollen wir auch nochmal Stein, Bruder? Ah, wir brauchen Stein. Kräuter. 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 Welche Stufe? Drei von drei. So, das heißt, wir können noch ein paar Felder kommen. Ne? Gön. Warum? Macht mehr Besen! Ja? Gut. Imker. So, vier. Sechs. Schafe. Ja gut, da habe ich nicht hier noch. Wie ihr wünscht. Was sind Fackeln? Auf euren Befehl. Verstanden. Schon unterwegs. Sofort. In den Kampf. Jetzt gibt es Ackermätsch. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Markus, Junge. Markus. Sofort. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Da ist ja kein Ding. Verstanden. Komm raus. Fackeln zerstören, kleine Gebäude. Krass. Ähm. Kommt der jetzt wieder raus? Wie ihr wünscht. Eine Eisenmine ist erschöpft. Wie ihr wünscht. Ei, ei, ei. Nicht möglich, wenn die Bewohner streiten. Moin Henning. Ah, der lädt sich wieder auf. Okay. So, jetzt. Jawohl! Weberbogenmacher, Bäckerei. Boah, halt einfach. Ein Außenposten wird angegriffen. Ey, der Wichser hat geguckt, dass ich die hier zurückziehe. Dieses Schwein, wirklich. Boah, macht mich das jetzt sauer, ne? Der hat gewartet, bis ich hier onstream zurückgehe, Bruder. Aber es wird ihm nicht bebringen. Wie ihr wünscht. Alles klar. Auf euren Befehl. Hä, wo ist er hin? So, ich wollte nicht auf einmal Klamotten. Ähm. Dafür brauche ich wieder jetzt hier Reh. Aber ich habe Schiss, dass die hier mir ausgehen. Ne? Guck mal, er ist kaum noch ein Reh. Birsch, meine ich. Whatever. Sofort! Jawohl! Schon unterwegs. Sofort! Kann der mal wiederkommen? Okay. Du machst den Lebensraum der Rehe durch Holzfäller kaputt. Ja, das war. Wachsen die Bäume nach? Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Okay. Vulkan, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also. Bruder, ich verrate dir. Du Schlingel. So. Mach hier Sachen. Ähm. Ei! Schon unterwegs. Ei! Wie ihr wünscht. Sofort! Ei! Ich habe so viel Geld. Was soll ich mit dem ganzen Geld machen, Leute? Ich werde angegriffen. Sofort! Jawohl! Äh! Äh. Ei! Was bringt es Kaserne zu upgraden? Fischer bauen. Ich habe Fischer, aber. Ich weiß nicht, ob die Sachen machen. Nicht wirklich, ne? Oder? Tun die was? Alles klar. Auf euren Befehl. Da ist kein Fisch. Steckel. Das sind Räuchereien? Oh mein Gott. Unsere Truppen werden angegriffen. Oh mein Gott. Okay. Aber hier sind Fische, oder? Also. Das geht, oder? Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ja, dann soll er sich verpissen. Der hat bis eben noch gestreikt, der Arsch. Äh. Nein, da muss ein Fischsymbol sein, wie bei dem Wild. I see. Ja, gibt es nicht. Schade, ne? Bruder. Ähm. Jawohl. Aber hier sind Krügel. Kräuter. Jetzt reicht es mir aber. Hey, was ist hier los? Hä? Laffelsoffen? Guck auf die Map. Da ist ein Fisch. Ne. Ne. Dit stimmt nicht. Hä? Baus doch! Achso, ne. Wait. Muss ja der Arbeiter kommen. Ah, okay. Jetzt habe ich so eine kleine Holzdürre. Alles klar. Alles klar, Bruder. Auf dem Weg. Sofort. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ei. Wie ihr wünscht. Sofort. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Ei. Ei. Wie ihr wünscht. Ei. Ei. Lie. So. Wood. Nein, nein, nein. We need more wood. so ja wie ihr wünscht das ist mein siedler limit das kann man mal machen ich brauche alkohol taverne ich brauche mehr tavernen auf der stelle wie ihr wie ihr wünscht unser dieb wurde entdeckt verstanden wir haben ein territorium eingenommen ein jäger sucht vergeblich nach jagdwild er soll die anstrengung das lagerhaus ist voll das ist ein problem das geht nicht upgrade so das bringen wir wieder in ballung geht hoch so will hier will da gut na gut okay ist ja insane was hier läuft ne wie hier expandiert wird okay das hier stört mich ne kann ich das irgendwie upgraden ne er stört mich er stört mich ich brauche Klamotten Klamotten Schafe wie sieht es aus mit Schafweiden nicht voll nicht voll ja ich brauche mehr hier Rehe Zeug kann doch mal hier den Matthias oder Markus oder wie er heißt alles klar dahin schicken taverne ihr habt recht ihr habt recht taverne ja da bleibe ich gerade ein bisschen auf der Strecke ne das war bei Musik so genug Honig habe ich aber oder 27 joa so hier wird er jetzt hoch jetzt so schön wenn ich das hier irgendwie ok 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 alles klar ja so hier ist auch wichtig das ist wichtig schon unterwegs wie ihr wünscht marit was ist los hier hier ist ein Bär ok so So, ähm, wie läuft das hier oben? Wir haben richtig viel, okay, wir brauchen hier mehr Brot, Leute. Wo ist hier mein Brot, Mann? Bäckerei, Abfahrt, zack. Habe ich nur eine Bäckerei? Ja, da brauche ich mehr. Wir werden angegriffen. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ja, ach, die können das nicht abreißen, weil die immer weggebolzt werden. Schon unterwegs, auf euren Befehl. Das geht aber nicht. Angriff! Angriff! Jawohl! So, tschüss. Ja, ich zieh die da auf am Mauer. Ey, du kotzt mich an! Nee, komm! Ach, Mann, hör auf! Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Er hier ist fickrig, der hat Bock. So. Sofort! Hä? Achso, er hier. Jawohl! Jawohl! Ei! Soldatenlämmer. Alles klar! Alles klar! So, heute sieht gut aus. Wir werden angegriffen! Aber dolle? Nee, ne? Gut. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Und immer noch mehr Klamotten. Einer unserer Einheiten wurde aufgerieben. Was labeln die denn? Das kann doch gar nicht... Achso. Ne? Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Aber da ist doch Jagdwild! Ja, gut. Jetzt geht er. Okay, 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 okay. Das ist nicht optimal. Muss aber gehen, ne? Sehr gut! Nehmt die Mauer ein! Guck mal, du. Ach Gott, hä? Jetzt ja aber doch automatisch refilled, oder? Schieß da mal rüber, Bruder. Auf die Mauern, Männer! Hinauf und hinüber! So, jetzt schauen wir mal wieder, Teebröe. Arschloch. Auf euren Befehl! Jawohl! Alles klar! Schon unterwegs! Guck mal! Konteste doch! Wie ihr wünscht! Darauf habe ich gewartet. Du bist genau in meine Falle getappt, du Lappen. Ja, 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 ja. Komm, verpiss dich. Verstanden! Haha, da werden sie aufweg gemacht. Sofort! So. Ei! Ei! Schon unterwegs! Taverne! Wo ist hier Taverne, Bruder? Bogenmacher. Taverne. Und hier war doch, äh, meine Reifenscheiße. Räckerei. Hier ist jetzt auf einmal grün, oder wat? Ey! Alles klar! Verstanden! Verstanden! Jawohl! Alles klar! Stürmt die Mauern! Was heißt stürmt? Das sind unsere Mauern. Stürmt die Mauern! Das sind unsere Mauern. Schon unterwegs! Ey, grün! Ich seh das! Auf euren Befehl! Du Affe! Verstanden! Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ey, Mann! Wir werden angegelt! Du hast zwei andere Nachbarn! Und gehst auf mich! Ey! Ey! Sowas ist doch nicht... Mach das... Da, weil ihr jetzt einen anderen Rang habt... Verstanden! Hinauf! Ne, da gibt's jetzt Acker mit. Warum muss ich jetzt... Das ist halt... Er hat nicht nur einen Nachbarn. Er hat hier hellblau und rot. Er ist grün. Er geht auf mich. Das sind hier Viertel. Das ist wie auf einer Vier-Jahreszeiten-Pizza. Das kann man doch verstehen. Er hat nicht 38 Gegner. Auf die Mauern, Männer! Schieß doch den Katapult ab. Ey! Unsere Truppen werden angegriffen. Wieso kann ich die manchmal nicht upgraden? Ich hab doch Holz. Acker-Match. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Sofort! Unsere Mauern wurden durchbrochen. Ach, komm. Das ist nicht cool. Warum kann ich nicht... Siedler-Limit? Ja! Siedler-Limit. Kein Stein. So, wie läuft der Kampf? Schon unterwegs. Becke-Butter. Sofort! Na, los! Du wirst sowas von... Wie ihr wünscht! Ja, 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 ja. Komm, komm doch. Oh, ich will gar nicht stream-snipen. Ich will nicht im schlechten Licht stehen. Jetzt gehe ich doch auf meinen Nachbar. Der Stream-Shirt-Mekka-Jones. Ja, komm doch zu mir! Komm doch zu mir! Alles klar! Hier, komm mal rechts und links. Hier auf deine... Das ist nicht möglich. Ja, dann ver... Nehmt die Mauern ein! Erklimmt diesen Ball! Erklimmt diesen Ball! Stürmt die Mauern! Oh. Sofort! Tenno ist jetzt auf der Mauer. Vorwärts! Alles klar! Oh, jetzt renne ich wieder in mein Land. Scheiße, Bruder. Auf euren Befehl! Ein Jäger sucht vergeblich nach Yacht. Schon unterwegs! Na, was machst du jetzt? Wenn deine Truppen weg sind, du Opfer. Oh, ich hab hier einen Turm gebaut. Sofort! Den beschütze ich aber nicht. Wallach mit. Geh da jetzt rein. Nicht aufgeben! Markus, brauche ich einen Scheiß! Verstanden! Auf euren Befehl! Verstanden! Es mangelt an Munition! Zum Angriff! Einsacken und Abmarsch! Auf euren Befehl! Was heißt Schleimer? Ah, Fackeln. Verstanden! Alles klar! Ich habe Fackeln für euch! Verstanden! Was willst du denn jetzt? Zum Angriff! Du kleiner Affe! Alles klar! Jawohl! Geh doch durchs Tor! Geht es nicht! Ich bin fetter Belagerung! Keine Steine, ne? Abbauen! Ich kann grad nicht. Auf euren Befehl! Ich habe euch treu gedient, Majestät. Was wird denn scheiß Maul halten, Bruder? Ich mag es! Werde euch immer treu ergeben sein! Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein! Sollt's dein Maul halten, Bruder! Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild! Schon unterwegs! Guck mal. Papa zeigt jetzt, wie es geht, ja? Ich glaube... Ich glaube... ... A geile map ein territorium ging verstanden klar wie alles klar auf euren befehl komm Banner-Macher So Kräuter 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 Lalalalalala Wallach mit Andullah So Äh zack Upgraden Up Wallach Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild Noch ne Bäckerei Ja Ich muss hier noch ein bisschen besser reinfinden Aber Das passt Verstanden Wie ihr wünscht Sofort Kann ich die abreißen Wenn ich dann einmal eine Truppe nehme Der Kasernenboy streikt Was ist das für ein Hamlet Geh hier weg jetzt Geht doch Hä Jawohl Ja Ich weiß nicht ob ich das so abends mit meinen Jungs pumpe Muss mal gucken Bisher ganz nett Eine Eisenmine ist erschöpft Eine Eisenmine ist erschöpft Ich mag halt dieses Trupp haben nicht weißt du Dieses dass man so unbedingt jetzt Trupps haben muss Und die immer neu aufladen muss Das mag ich nicht Ich bin die scheiße Bruder Welche denn Hier Henno du hast super viel Milch Ist das so? Ja dann machen wir hier ein bisschen Käse rein Danke für den Hinweis Badehäuser Theater Boah Jetzt wollen sie Sachen ne? Da brauche ich Wasser für Woher kriege ich Wasser? Sofort! Einem Steinmetz fehlt es an Stein Ah ist das ein Gefrickel So Auf euren Befehl Auf euren Befehl Auf euren Befehl Alles klar Alles klar Zu wenig Platz? Zu wenig Platz? Ei! Verstanden! Auf euren Befehl Auf euren Befehl Auf euren Befehl Auf euren Befehl Verstanden! Auf euren Befehl Alles klar! Alles klar! Auf euren Befehl Kämpft weiter! Verstanden! Stürmt los! Beschützt dieses Ziel! Das ist nicht möglich! Auf die Mauern Männer! Ey, was ist das hier für eine scheiß Micromanagement-Kacke? Wer denkt sich das aus? Ich will, dass ihr auf die scheiß Mauern geht. Grün, ich will, dass du jetzt full ham gehst. Nee, nicht mad because bad. Alle Truppen dahin. Sie müssen automatisch den Weg finden können. Warum? Was ist so schwer daran? Und wo habe ich hier noch Bogenschützen? Das Lagerhaus ist voll. Jawohl. Jawohl. Ich kann nicht sagen, alle Truppen rüber. Geht nicht. Schon unterwegs. Warum können sie nicht automatisiert den Belagerungsturm nutzen? Wer denkt sich das aus? Es gibt kein Zurück. Habe ich noch wen? Markus, wie geht's dir? So, ihr rückt jetzt weiter. Ihr rückt jetzt da drauf. Hallo? Hier sind sie einfach. Ah, okay. Auf euren Befehl. Sofort auf euren Befehl. Hoch da. Nein! 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 Jetzt geht's, wenn der Wall frei ist. Ganz ehrlich. Wie behindert ist. Ey, sorry. Sag mal nicht. Wie scheiße ist das? Wie schlecht. Auf euren Befehl. Ey, das ist ja so bad. Ich dachte jetzt, das wird so richtig geil, weißt du? Schon unterwegs. Was? W-what the fuck? Also könnt ihr es nachvollziehen? Wie scheiße das war? Habt ihr es gesehen? Ich glaube, es ist schwer nachzuvollziehen. So rein aus Beobachter-Perspektive. Aber das war ja wirklich komplett zum Kotzen. Und der pustet die da runter, als wäre das nix. Oh, ihr wollt Musik. Auf einmal. Vorher war es euch egal, ne? So, hier, Badehaus. Arschloch. Oh, das ist mir echt sehr stressig alles hier. Was? Da will man ja gar nicht hören. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Guckt euch das an. Jetzt kommt er hier. Wofür gibt es eigentlich Gold? Ich habe so viel Gold. Hä? Like. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Warum denn? Verstanden. Alles klar. Hä? Die sind fusioniert. Was macht ihr? Stürmt die Mauern. Nehmt die Mauern ein. Ihr sollt euch entkoppeln. Wie geht das? Äh. Ja. Ja. Verstanden. Es gibt kein Zurück. Nicht durchs So. Nicht durchs So. Also. Es gibt kein Zurück. Warum geht ihr durchs So? Ufa. Ihr sollt auf die Scheißdrecksmauern. Auf die Mauern, Männer. Ja. Schon unterwegs. Jawohl. Also, Bomenschützen sind key. I guess. Warum rennt die ja raus? Alles klar. Jawohl. Verstanden. Wie ihr wünscht. Alter, das Micromanagement ist eine Katastrophe. Ich sag, wie es ist, Leute. Was machen die? Verstanden. Angriff. Verstanden. Wie ihr wünscht. Kämpft weiter. Sofort. Es gibt kein Zurück. Schon unterwegs. Ich dienste dir. Ey, bis hierhin war es echt nicht schlecht. Ey, Grün, du bist ein scheiß Schmarotzer. Du hast kein Rückgrat. Kein Rückgrat. Warum wackelt mein Bild? Kann ich das bitte ausstellen? Nein, ich bedauere. Nein, ich bedauere. Du kannst auf deine eigene Mauer nicht. Da ist der Eingang. Da und da. Jetzt drauf. In den Kampf. Jawohl. Nein. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ja, dann soll er sich verbuddeln. Unsere Truppen werden angegriffen. Ach, komm. Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor. Oh nein. Ich hab keine Truppen mehr. Ey, mach hier halt dein Theater. Wirklich. Zu wenig Requisiten? Ich brauch die Wurst, oder was? Woher krieg ich Wasser? Like. So. Da steht halt. Ich brauch Wasser. Aber ich hab hier nirgendwo... Hier sind Requisiten. Oder was? Wasser kommt von alleine. Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor. Ist mir so scheißegal. Ah, reparier mal. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Oh, ich mag es, die alte... Aha. Ei! Ei! Unsere Mauern wurden durchbrochen! Sofort! Ein Außenposten wird angegriffen. Kann ich nix machen. Jawohl! Kann ich nix machen. Verstanden. So. Steinbruch... Das kann ich... Ah... Ein Territorium ging verloren. Ripp. Rieb. Jawohl! Wie ihr wünscht. Aber... Also... Ich hab ultra viel... Okay. Streiken halt durch. Durch... Durch die Bahn streiken hier alle. Alle am streiken hier. Mach ein Fest am Marktplatz. Danke! Jetzt weiß ich auch, wofür ich mein Geld brauche. So, Requisiten. Medizin wollen die jetzt auch, ne? Wie viel Schafe hab ich? Da steht 10 von 10, aber... I guess... Meine Felder sind ja nicht voll. Das bedeutet... So. Fest hab ich grad gemacht. Läuft schon. Läuft schon. Stürmt die Mauern! Jo, er sieht mich, aber ich ihn nicht. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Verstanden. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Stürmt los! Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Schon unterwegs. Sie hat... Der Turquise wacht langsam auf. Schön. Jetzt brauche ich wieder ganz viel Nahrung. Stürfe 3. Ich habe aber ganz viel Wild tatsächlich mittlerweile. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach ein paar Mettbuben. Die Dreckstraße, ne? Oh, bitte. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Alles klar. Verstanden. Schon unterwegs. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ich bin ein fucking Loser. Jawohl! Ein Außenposten wird angegriffen. Sofort! Sofort! Jetzt wollen die Medizin, ne? Auf die Mauern, Männer! Stream dead? Hä? Nö. So. Wie ihr wünscht. Verstanden. Auf euren Befehl. Also, mein Stream läuft durchgehend. Kann sein, dass... Nehmt alles mit! Schnappt euch den Karren! Verstanden! Kann sein, dass... Twitch-Probleme hat. Hatten die gestern auch schon. Wie ihr wünscht. schon unterwegs. Alter, ich snitche mir alles weg. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Verstanden. Das war grandios gespielt von mir. Schon unterwegs. So, Hackboden, wo seid ihr? Ihr wollt Unterhaltung. Jetzt wollen die Medizin. Okay. Medizin. Brauche ich krass viel Kräuter. Habe ich viel Kräuter? Muss ich mal gleich checken. Ich habe sehr, sehr viel Kräuter. Holy shit. Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor. Kann grad nicht. Och, Mensch. Ey! Ey! Wie ihr wünscht. Hä? Auf euren Befehl. Ja, ich krieg's noch nicht so fluent hin. Sofort. Äh. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. So. Jetzt habe ich's. Markus. Alles klar. Acker Match. Ab jetzt. Kämpft weiter. Stürmt los. Sofort. Wie ihr wünscht. In den Kampf. Verstanden. Schon unterwegs. Reicht leider nicht, ne? Hab, äh, der Befehl verloren durch seinen ersten Angriff da. Hauptsache die Punkt. Ja. Ne. Jawohl. Wie ihr wünscht. Da bin ich zu sehr zurückgefallen. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwills. Aber ich habe schon, ich habe schon richtig viele Learnings gemacht, die Runde. Das war, das war, das war generell hier alles eine sehr gute Entscheidung. Da Multiplayer Match direkt zu machen. Gut, hier verliere ich jetzt mein Tor. Ja. Ein Außenposten wird angegriffen. Also generell, Learnings schon mal. Ähm. Ich weiß halt, was mich mit jedem Rang erwartet. Hab, by the way, sogar genug Banner. Ich habe gemerkt, ich habe ultra viel Erz abgebaut, aber das nicht verwendet. Ich habe 366 Erz. Ich habe viel zu wenig Bogenmacher gebaut. Ähm. Und Schwertschmiede. Dann, ich habe jetzt, ich hätte eher die Außenterritorien, ähm, mir holen müssen, weil ich hatte übel die Downtime, weil ich nicht genug Wild hatte. Jetzt habe ich ultra viel Wild. Hab das zu spät gecheckt. Hab nicht schnell genug Metzger gebaut. So. Jetzt brauche ich super viel Medizin. Ich habe arschvieh Kräuter. Hab zu spät gecheckt, dass ich Apotheken mehr brauche. Ja, das ist mit dem, äh, generell auch mit den Straßen nicht so vorausschauend, äh, alles gemacht. Gut. Gut. Gut, ich könnte nochmal probieren, hier was aufzubauen, aber ich denke, dass, äh, Snowball der Rote jetzt ganz gut. Weil ich habe hier natürlich jetzt auch all meine Sachen hier verloren. Ich fresse jetzt mal einen Donut. Ich fresse jetzt mal an, äh, zu spät, äh, zu spät. Übersicht auch, ähm... ...was welches Gebäude ist. Die Gebäude sehen alle gleich aus. Also halt wirklich. Es wäre schon gut, hätten die so ein kleines Symbol oder so. Dass ich... Also ich kann halt drüber havern, dann sehe ich das Wurstsymbol. Aber so auf den ersten Blick ist so kein Plan, was jetzt welches Gebäude ist. Ich habe doch ein Badehaus. Warum... Ich habe ultra viel Wasser. Aber er macht nichts. 0 von 9. Macht der nur gerade nichts? Ich glaube, ich bräuchte langsam einen Imker. Hier ist langsam aber sicher der Vorrat zur Neige gegangen. Vielleicht streikt er. Das wird... Ja, wird einem auch nicht angezeigt, oder? Ich werde angegriffen! Ach so, du hier? Scheiße. Ah, das ist so spät gewesen. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ja, guck mal, ich habe hier... Aber warum habe ich so wenig Waffen? Ich meine... Ein Steinbruch ist erschöpft. Wahrscheinlich streiken die. Hier streikt halt alles. So, ja, das mit dem Wasser... I don't know. Wird da nicht angezeigt, ob das streikt, oder? Ja, ja, ja. Ich habe das alles schon selbst erkannt, Leute. Produktionsketten natürlich ein bisschen... Äh... Besser. Platz mehr nutzen. Ich meine, guckt euch das an. Wie klar. Aber ich hatte ja am Anfang... Zum Start des Games noch gar nicht diese Vision... Wohin es geht. Ihr müsst bedenken, das ist legit... Meine erste Runde Siedler 6. Meine allererste. Würdet ihr vielleicht in Erwägung ziehen, mir einen neuen Titel zu verleihen? Jawohl. Schiedet die KI auf der höheren Schwierigkeit. Also... Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor... Was ich gerade schon sagte, es ist meine erste Runde Siedler... Äh, Siedler 6. Nicht möglich, wenn Siedler streiken. Ja, gut. Ja, die wollen alle salben, um sich einzucremen. Ähm. Dafür brauchen die Kräuter. Kräuter habe ich ganz viel. Aber streiken die Apotheke, Leute? Unsere Mauern wurden durchbrochen. Ich sehe nicht, welches Gebäude wie streikt. Ne? Oder? Also hier sind manchmal so Symbole über dem Gebäude, wenn sie halt mad sind. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ja, gut. Ja, genau. Das wäre das Nächste, dass ich alle Straßen und Steine ausbaue. Doch! Lost! Äh, Time Out. Mache ich mal persönlich. So, wenn du der Meinung bist, doch, dann schreib doch warum, anstatt zu sagen Lost bei jemandem, der das erste Mal Siedler 6 spielt. Ähm. Okay. Einnahmen, Steuern. Zu Siedler springen. Okay. Boah, Alter. Boah. Okay, das heißt, Badehaus, Boy. Streikt nicht. Äh, Apotheken, Boy. Streikt nicht. Streikt nicht. Markus, halt mal deinen scheiß Maul. Du bist gerade in der Schlacht gestorben. KP, ich erreiche den irgendwie nicht. Äh. Noch keine andere Partei entdeckt. Hier könnte man wohl handeln. Aber wahrscheinlich nur mit KI. Ja. Also, ich hab jetzt mittlerweile, wie viele Apotheken? Das kann ich nicht irgendwo einsehen, ne? Wie viele Gebäude ich von... Guck mal, ich hab zwei... Also, ich hab da mittlerweile mehrere Apotheken. Kann ich das irgendwo einsehen, wie viel ich hab? Rechts neben dem Rang Gebäudesymbol anklicken. Ah. So, ich habe... Danke. Drei... Drei Apotheken. Die kann ich abgraben. Ah, siehst du? Das ist hilfreich. Danke. Reicht das nicht? Ist doch gefühlt sehr viel. Gut. Ich hab ja gerade eh nichts zu tun. Dann baue ich jetzt alles... ...Stein aus. Geländesblockiert. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. Geländesblockiert. Äh. Was ist hier mit der Straße los, Alter? Ein Außenposten wird angegriffen. Auf einmal geht's. Geil, dass Instant einfach ist, ne? So. Ein Territorium ging verloren. Kann ich nicht einfach irgendwie sagen... ...diese Straße bitte upgraden? Boah, das ist doch... ...heht's. Äh. 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 So, jetzt geht's. Ich will... Ähm. Hamdul... Äh. So. Mehr Apotheken Das wär's gewesen, Alter Schön im Hinterland Bisschen neu gruppieren, Alter Wie ihr wünscht Was wollen die hier Musik? Ich hab aber keine Requisiten Ich brauch Wolle Ja, aber das Ding ist Auf der Map gibt's halt kaum Schafe Also guckt euch das an Wie sollen die Schafe ausreichen Für die ganze Eco, die man sich aufbaut Fest für Musik Also ich muss kontinuierlich Feste abhalten Das ist normal, ja? Also man kann nicht irgendwas Automatisiertes machen Mehr Theater Aber guck mal Ich habe euch treu gedient, Majestät Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Na gut, jetzt wohl das, ne? Verstanden Mehr Theater Da ist halt im Meppen Süd das Theater Wen juckt dieses Theater? Mehr Tavernen Aber Tavernen Hä? Warum soll ich jetzt mehr Tavernen machen? Guck mal Ich habe halt einfach zu wenig Wolle Hier Krug Symbol ist Boah, Alter Ich komme mir vor wie ein Anno Ist das nervig Siedler Limit erreicht Es sind immer noch welche unzufrieden Obwohl ihr im Fest geht Der übelsten Sorte Ich glaube noch ein Theater Schwachsinn Weil Da steht ja Acht Von Neun In Produktion Und wie ich das verstehe Erst wenn ich neun voll habe Kann ich hier genau Eine Vorführung beginnen Wenn ich jetzt ein zweites Theater baue Dann teilt sich doch das Noch viel mehr auf Das ist doch dumm Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild Mehr Badehäuser Ich habe halt Siedler Limit erreicht Ich habe halt zu wenig Ich habe von allem zu wenig So, ich könnte hier Vielleicht Hier habe ich Da habe ich gefühlt genug von Mach ich weg So Badehaus Voila Wieso der ist doch jetzt frei Was mach ich denn da noch Jetzt Muss ich ja jetzt reinhauen So Komm Noch ein Ja Holzfäller Egal Habe ich auch genug Lieber die die weit entfernt sind Löschen Muss ich wissen Beides sollte alles gleich So Habe ich jetzt langsam mal genug Medizin Ja Ja Gut 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 Jetzt brauche ich einfach nur Badehäuser I guess Ja Das war ne Taverne Das war falsch Kann ich die Straße löschen Da oben Schöne Badewannen Danke Hassan Ja Mit Schiff kann ich drehen Das ist richtig Auf die Mauern Männer Nehmt die Mauern ein Ich finde es so irritierend Dass die Bogenschützen Nicht auf das Torhaus setzen kann Das finde ich sehr irritierend Irgendwie Wie ihr wünscht Das ist so ein Plus Symbol Alles klar Was ist das Steinfalle Achso Das muss ich aber machen Wenn die da sind Verstanden Ich weiß nicht warum Rot nicht angreift Also der hat die Chance Halt Brutal Das ist natürlich Ach kann ich auf den Turm Welche setzen Stürmt die Mauern Nicht aufgeben Das war ein bisschen cocky jetzt Das war ein bisschen cocky Ausfall Und zeige es Kämpft weiter Und zeige es Ein Jäger Ein Jäger sucht vergeblich Nach Jagdwild Ey das ist So Es hat jetzt legit Mein Tod Wie ihr wünscht Dass Das Mauernsystem Richtig geil ist Wirklich Bestes Game Wal Ahmed Ich sag's dir Wie ihr wünscht Leute ich habe 10 Millionen Badehäuser Unsere Truppen Werden angegriffen Werdet fucking zufrieden So jetzt Theater Immer noch 8 von 9 Es gibt auf der Map 3 Drölf Schafe Ich hab alle Ich könnte jetzt Webereien abgreifen Aber dann sind die doch Unzufrieden Weil ich hier keine Schicken Gewänder hab I try Was macht der Typ Eigentlich den ganzen Tag Den ganzen Tag Mit den Schafen Eine Militäreinheit Wurde geschlagen Dir passiert doch gar nichts Oder Ein Territorium Ging verloren Besenmacherei Zerstören Warum Warum Der verbruchte einfach nur Holz Oder nicht Ja Noch ein Fest Na gut Kollege May Jetzt mal Ende Kommt das auf dem Uncut Kanal Hanno Ich denke schon Ist eine ziemlich runde Sache Hier Ziemlich guter Ersteindruck Ja Also der Tod war Meine Meine Aktion hier Mit dem Belagerungsturm Das Durch das Micro Also da flame ich wirklich Die Ingame Mechanics Weil Das war ja so bad Dadurch hab ich einmal Ne Truppen verloren Dann kam grün Hat die unten Heckmeck gemacht Und dann war es halt over Weil parallel Haben die angefangen Hier zu streiken Das war my bad Bisschen aus Unwissenheit Ähm Darf kein einziger Streiken Zu spät Steinen Straßen gemacht Lieferwege sind Trash Geil Das kann ich nicht Fest hier machen Nice So Wegen sie noch mal In Rang Der Feind Rückt gegen unsere Mauern vor Was machen eigentlich die Die anderen die ganze Zeit Also grün und türkis So weißt du Wenn Rot hier so mit seiner ganzen Armee Ich will ja nichts sagen Wann gibt es wieder Gothic Gerlund Mensch Gut dass du fragst Morgen wollte ich noch mal Gothic 1 Let's play Rang So Abfahrt Halt dein Maul So Ja Und letzter Rang Sucht vergeblich nach Jagdwild Erzherzog Hä Habe ich jetzt nicht gewonnen Unsere Mauern wurden durchbrochen Hab türkis schon ausgelöscht Achso Äh Habe ich jetzt nicht gewonnen Erzbaron war doch Ähm Sofort War doch in der Win Condition Alles klar Nächster Titel Erzherzog Ja Habe ich Go Hä Ah ne Oh Banner 30 Ah Komm vielleicht schaffen wir es noch Hier hinten in Meppen Ost Was braucht der dafür Für Banner Wolle Es gibt einfach Eins Zwei Die feindlichen Truppen werden unsere Stadt bald einnehmen Drei Essentielle Gebäude Die Wolle brauchen Unser Lagerhaus wird angegriffen Und Ein Gebäude steht in Flammen Es gab Zweimal Schaf auf der Map Also nicht mal zwei Felder sind voll Hier Ich muss mich in die Burg zurückziehen Das ist doch übel dumm Ein Steuereintreiber wird überfallen Das ist jetzt nicht der Grund warum ich verloren habe Aber Ein Steuereintreiber wurde erschlagen Okay Bruder Unser Lagerhaus wird angegriffen Also das Game ist broken Sorry Ich habe jetzt glaube ich jede Mechanik verstanden Ist ja recht nah so an sowas wie Stronghold Arno Siedler So ein Mix davon würde ich sagen Von den drei Titeln Ist das Beta oder Stronghold Final Kampf 2007 raus Hassgeburt Geiler Name Die sind nicht essentiell Hä Die haben alle gestreikt Gut das hier scheint nicht essentiell zu sein Nur für Rang ab Wollkleidung Aber Theater ist essentiell Haben wir gemerkt Gut man könnte auch nur Badehäuser spammen Vielleicht Okay Äh Aber Banner sind halt essentiell Auch für Rang ab Für dann Gamegewinn mit Erzherzug Sag mal was muss er Achso er muss meine Burg zerstören Alarm Unser Lagerhaus wird angegriffen Die feindlichen Truppen werden unsere Stadt bald einnehmen Also ich denke es ist so Man kann auch richtig mit Badehäusern Zufriedenheit machen Dieses Notensymbol Dass sie nicht streiken Und spart man sich das Theater Theater ist wahrscheinlich die effektivere Methode Aber wenn man wenig Wolle hat Eine Map wo wenig Schafe da sind Dann lässt man das lieber Pumpt es in Banner Oder halt vorher in Wollkleidung Wenn eines unserer wichtigen Gebäude zerstört wird Aber Unser Lagerhaus wird angegriffen Sobald man den Rang hat Wofür man Wollkleidung braucht Kann man das eigentlich auch abreißen Okay 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 Aber ja Also das Game ist shit Also es ist nicht shit Aber Competitive nicht gut Also es ist so ganz nett Ich hatte am Anfang echt Spaß Bis es dann wirklich ins Gegeneinander ging Hat man gesehen glaube ich ganz gut Woran es da gearbeitet hat Es ist ein bisschen unübersichtlich Äh Ja Kampagne könnte halt echt ein Ding sein Hat er recht Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwelt Wann habe ich ihn verloren Jetzt geht doch endlich meine scheiß Burg rüber Ne Macht Grün dir den Arsch gerade auf Oder was ist los Also aber ja 40 mal besser als 5 Das ist klar Wirkt echt wie ein gescheiterter Versuch Eine Konkurrenz zu anderen zu werden Ja Warum können sie nicht einfach wieder zu dem zurückgehen Was sie geil konnten Schiedler 3 und 4 Einfach mit aktueller Grafik Mehr Völker Geil Warum macht die es nicht Release 2022 Siedler 4 Vielleicht 1,2 neue Mechanics 5 neue Völker Geil Neue Grafik 20 neue Maps Warum nicht Warum wollen die auf Kamp so ne Scheiße machen Verstehe ich nicht Unser Lagerhaus wird angegriffen Wir gehen zurück zu den Wurzeln Wir können wieder wie bei Siedler 2 Jetzt Straßen bauen Siedler 5 war aber auch gut Raus Ganz schnell Bevor ich mich verliere Ich fand Siedler 3,4 nett so geil Wie Siedler 5,6 Der will triggern Bann Bann den weg Aus meinem Chat Das ist ja wohl Alter Wohnst du auf Jupiter Und hast ein bisschen Äh Sauerstoffmangel So Jetzt schauen wir mal zu Guckt euch Guckt euch Das mal an Hier ne An der grün-roten Grenze Ist richtig Stress Oh lol Grün hat ihn einfach Richtig schon weggekackert Ich kann einfach Im Zuschauermodus Nicht die Cam steuern Ich kann nur hiermit klicken Pfeiltasten geht nicht Gegen eben Mittlere Mauskaste gedrückt Heinen geht auch nicht Auch gut Oh er rusht direkt zur Burg War Ja der hat ein bisschen Platz optimierter gebaut Ja hier streikt Niemand Oh doch Ich seh's vielleicht nur nicht Doch 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 Hier streikt Niemand Ja Der dritte Spieler Schon lange ritt Der war vor mir down So jetzt kommt hier rot Ja die Armeen sind even Lass mich gewinnen Dann ist er zufrieden Hey geh du einfach Durch zur Burg Oder Macht der schon Wo ist denn seine Burg Hier oben Warum geht der nicht Einfach durch Lol Guck mal die Katapulte Ey ich kann nicht steuern Das ist so AIDS Grün geht durch Zur Burg Scheiß doch Auf den Auf den Marktplatz Alter gegen so ne Affen hab ich verloren Achso Achso Okay Hab's ja erstmal Als Affen Durchbeleidig Okay Schafft das Oh Leute Errobert einfach Die Katapulte Ja close Doch das ist doch nur Spaß Mein Gott Alter Wie kann man Wie kann man hier reinkommen Und nicht checken Dass so ne Aussagen Spaß Als ob ich jetzt Die wirklich Durchbeleidige Äh Und die Call out What the fuck Alter In Siedler 6 Multiplayer Alter Das ist lost So Jetzt fährt Grün Hä Der hat ja keine Truppen mehr Ja Okay Ich glaube Ich mach jetzt die Ende Äh War nice Kann ich jetzt nochmal Statistiken Ging doch eben Eben wurde Statistiken Stimme ich zu Haha Ich zumindest Geil Äh Ja Spiel verlassen Ich bin der Host Deswegen können Fliegen die dann wahrscheinlich auch raus Aber Müsste mit Leben Ne So Guck mal Siedlerwertung By far the best Und wie wir alle wissen Das Game heißt Die Siedler Äh Also Siedlerwertung Hier Mit Abstand Die wichtigste Wertung Äh Damit hab ich gewonnen Äh Und Können wir hier nochmal gucken Warum Ja ich hatte einfach Der Rot hatte nicht mal Cap Guck wie viele Ehefrauen ich hatte Geil ne Es gibt Siedler und Ehefrauen Gender Vegetarierwertung Was Gut Schlechter Verlierer Gut Ich glaube damit ist alles gesagt Äh Nicht wahr Wohli 004 Siedler 5 Mit Abstand Der beste Teil Guck mal Er lacht schon Ähm Hat trotzdem Spaß gemacht Muss ich sagen Ja Der Tod Richtig dumme Mechanics Wann den weg Big Mac Ähm Ja Ich glaube ich brauche nichts mehr erklären Oder Also Recht unübersichtlich Einzelne Mechanics Echt nicht gut So ein Mix aus Stronghold Siedler Anno Aber gefühlt sehr viel Möchte gern Anno Aber halt nicht gut Wenn die Kampagne bockt Nice Siedler 5 Multiplayer Hätte ordentlich gefetzt Also würde ich Ab jetzt Jeder der hier In einem positiven Kontext Siedler 5 in den Mund nimmt Oder schreibt Wird bitte von den Mods Getimeoutet Äh Dings ne Lifetime Also diese Regelung Das heben wir nie wieder auf Jetzt schreibt das ein Mod An Mod Das heben weeps